hallo msv fans und hallo zebraherde mein name ist peter közle und ich habe gedacht ich melde mich mal nach langer langer zeit wieder bei meinen ehemaligen fans war eine tolle zeit in den 90ern und hoffe es geht euch gut wie ihr seht bei mir sind die haare etwas kürzer geworden dafür die haut umso faltiger ich wünsche euch alles alles gute vielleicht sehen wir uns ja irgendwann die tage mal auf dem weihnachtsmarkt in duisburg und drücken trinken ein paar glühwein also in dem sinne liebe grüße von eurem ex torjäger macht's gut sehr was